ja damit halli hallo und herzlich willkommen hier auf mikroase tv ich bin's der bio und begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen folge pro train perfekt 2 ja ich habe mir mal entschieden heute mal keine s-bahn zu machen sondern mal ein bisschen versteht mal ein bisschen was anderes zu zeigen und ihr seht es geht nach drier hauptbahnhof und wir fahren heute zwei mal mit der br 628 es ist samstag morgen sie den folgenden hinweis die kapazität der fahrradstellplätze ist in den triebwagen dieses zuges leider erschöpft fahrgäste mit fahrrädern in richtung der hauptbahnhof können auf die regionalbahn 12 8 37 nach drier hauptbahnhof mit ein unterwegs halten um 11 uhr zwölf von gleis 2 am gleichen bahnsteig ausweichen dieser zug wird in kürze für sie dort bereitgestellt ja schauen wir uns heute den r e 120 77 an gesagt von köln nach drehe und ist eine pro train perfekt aufgabe glaube noch von pro train perfekt 1 glaube wenn mich jetzt nicht alles täuscht und wir schauen uns das heute mal an ich habe ja wir haben ja in der letzten folge jetzt ein bisschen erst mal gesehen wir werden auch noch die erst mal machen aber ich will jetzt halt nicht immer alles jetzt nur das eine machen sondern vielleicht auch mal so ein bisschen das andere um einfach mal zu zeigen so pass auf kommen wir machen wir auch noch mal ein bisschen was anderes schick ist und der guckt euch das an ich finde das sieht super nett aus ja also kann sich sehen lassen auf jeden fall ok müssen wir noch mal und da machen so jetzt los geht's wir starten so los geht's allerdings werde ich hier wohl f5 brauchen also so ganz wie bei der berliner S-Bahn kann man das hier heute nicht machen so 50 wir sollten wir hinbekommen das ist ein bisschen langsam unterwegs der kollege man gewöhnt sich daran das ist zum beispiel die aufgabe die ich mal getestet hatte einfach mal so aus Juxelaun aber einfach mal zu schauen wie sehen denn so andere aufgaben aus von pro train perfekt weil jetzt nur wegen S-Bahn Spiele sind doch nicht so schick also klar findet halt S-Bahn schon ziemlich nett ja aber es gibt ja trotzdem ja noch tausend andere sachen ja die man sich natürlich dann dementsprechend auch noch ein bisschen angucken möchte und ja das ist zum beispiel hier einer der gründe warum ich auch jetzt gerne pro train perfekt sehr gerne spiele das wirkt irgendwie alles total hübsch muss ich gestehen habe auch sehr sehr viele strecken also wir begrüßen alle in Geroldstein zugestiegenen Fahrgäste im Eifel Mosel Express 12077 von Köln Messe Deutsch nach Trier Hauptbahnhof über Bittburg-Erdorf wie Beicher und Kordel beachten Sie bitte dass dieser Zug nicht in Kühlburg hält Reisende mit einem Wochenend Ticket beziehungsweise Rheinland-Pfalz Ticket haben jetzt die Möglichkeit 40 Euro zu sparen und ihre Namen in die dafür vorgesehenen Felder auf der Fahrkarte einzutragen Tja das sind zum Beispiel so alles so Zusätze die kennt man so gar nicht wo ich das das erste Mal gehört habe alter ist ja cool ja dass der da auch wirklich mit ihr da spricht und alles sowas ja mag ich schon sehr also finde ich ziemlich cool gemacht dieses ganze von pro train perfekt 80 80 dann ist natürlich auch alles so ein bisschen trennen und alles sowas ne das wir jetzt natürlich das ganze am Stück hier machen wie gesagt Berlin S-Bahn schauen wir uns an aber dem wir jetzt die letzten Male jetzt so die Berlin S-Bahn so gezeigt haben wollte ich mal ein bisschen was anderes mal testen um euch einfach mal auch zu zeigen was es noch so geht im Pro Train Perfect Universum und das ist vielleicht ja doch eine gute höhere Konkurrenz eigentlich gegenüber diesen großen Train Simulatoren ist ich selbst habe ja auch diesen neuen Train Simulator diesen Trains and New Era das ist glaube ich meiner Meinung nach der Nachfolger hier von Pro Train Perfect also wirkt auf jeden Fall irgendwie so man hat vieles gemeinsam und da nervt mich zum Beispiel der sieht halt wirklich toll aus ich hab ihn ja auch da und wir werden uns irgendwann mal auch Videos dazu angucken und ähm es gibt nichts deutsches es gibt wirklich nichts deutsches dafür mehr das finde ich dann halt warum finde ich sowas von schade aber wirklich sowas von schade so ein Vorbeifahrmodus gibt es gar nicht hier ne das ist bloß dieses hier aber das ist schon cool dies ist schon nett nett ist das alles hier ja aber wie gesagt ich bin ja auf eure Kommentare wieder mal gespannt wie gesagt klar Berlin S-Bahn hat schon was was besonderes es ist halt ne Berlin S-Bahn halt es gibt es so gut wie gar nicht aber ähm hier auch wie gesagt der ProTrain Perfect hat extrem viele Addons also das heißt ne so viele Addons hat der gar nicht eigentlich ähm also ich habe auf jeden Fall Nahverkehrvolumen Kassel-Fulder Hamburg-Berlin Halle-Berlin Aufgabenpaket für das Berliner S-Bahn bloß dass ich irgendwie das Gefühl hab dass das nicht funktioniert bei mir weiß ich nicht ähm dann haben wir noch Fulda-Würzburg Leipzig-Berlin Saalfeld-Leipzig Nürnberg-Saalfeld ja das war's es gibt halt noch ein paar andere die man sich denn noch dazu kaufen könnte weiß aber nicht ob die jetzt halt ich glaube die reichen tatsächlich wirklich weil wie gesagt wir haben mal den Train Simulator von Microsoft und ich denke mal damit werden wir schon genug zu tun haben dass ich da jetzt nicht auch noch für ähm Pro Train Perfect jetzt in jedem DLC zeigen muss wenn ihr natürlich das sehen wollt dann müsst ihr mir das natürlich Bescheid sagen dann muss ich nämlich noch die restlichen Addons versuchen noch zu bekommen also zu kaufen wobei es halt hier immer schwer ist dass es halt wirklich ähm Pro Train Perfect gibt ja Pro Train Perfect 2 und das ist dann halt immer ein bisschen sieht man immer nicht gleich geht hier noch bergab und alles sowas ist ja der Wahnsinn so ist es 80 ach ja diese Geschwindigkeitsüberschreitung immer hier Rintintin wie ein Kamala ist tja müssen wir wohl durch so 70 haben wir ja gleich erreicht die 70 ach komm wir sind bei 70 mecker meine ich ganz ehrlich wir sind niemals über 70 da geht alles gut ja müssen wir mal gucken vielleicht machen wir danach wieder Berliner S-Bahn oder sowas wenn ich euch erstmal gezeigt habe dass es halt auch noch andere tolle Sachen gibt im Pro Train Perfect ich habe jetzt noch eine Woche dann habe ich Urlaub Gott sei Dank ich habe es geschafft denn so Buris Bonn dann 18 und war 12,5 ja da muss ich mich jetzt irgendwie ein bisschen verguckt haben aber das sind wir ja gleich ja unser nächster Halt haben wir ja erst hier und zwar Bitburg Bitburg Erdorf das ist unser nächster Halt naja schon da mit 13 aber wir dürfen jetzt gleich wieder 80 sehr schön ach ja das ist schon angenehm oder das ist so ein richtig schönes angenehmes Let's Play also wenn du jetzt natürlich nicht so ein Ärger hast wie jetzt mit der letzten Pro Train Folge dass dieser Zuchter irgendwelche Probleme hat geht das eigentlich auch also dann machst du das Spiel halt anders und es funktioniert das mag ich gerade so ziemlich wenn es bei Omsi ist muss ich jedes Mal irgendwie hoffen na bitte bitte hoffentlich funktioniert das alles aber das ist natürlich schon ein bisschen sehr anstrengend aber hier funktioniert ja mal alles oh das ist halt so schön und das sieht ja es macht auch noch Spaß weil das ist halt so ein bisschen auch ein bisschen entspannter halt alles ja das ist halt nicht immer alles so hektisch und panisch aber ich weiß halt nicht zum Beispiel ich könnte auch das nicht nur spielen ganz ehrlich so so im nächsten Signal ist 60 was mit bohren machen wir jetzt jetzt bohren hier um 115 10 um um da gibt es halt auch nicht wirklich viel zu sagen einfach ein bisschen so das alles anschauen angucken hinnehmen vielleicht recht gefällt dem einen oder anderen natürlich traumhaft sich dafür den einen oder anderen sogar begeistern kann vielleicht wird der pro trend perfekte doch irgendwann mal noch mal für den einen oder anderen interessant weiß man ja immer nicht alles wie war habe ich ja wirklich lange überlegt gehabt ob ich mir zu sie besorgen soll oder nicht und ich habe mich jetzt halt wirklich dagegen entschieden auch wenn zu sie halt so ein super umfangreiches sicherheitssystem hat und interessante strecken auch hat meiner meinung nach brauche ich glaube nicht also ich habe mit pro train perfekt train simulator oder beide train simulatoren habe ich glaube genug zu tun dass ich da jetzt nicht noch unbedingt jetzt mir noch zu sie anschauen muss vielleicht irgendwann mal später den kann man sich das bestimmt gerne mal angucken aber was soll ich sagen die erste folge geht zu ende sagen wir sehen uns morgen wieder nein nicht morgen nächste woche und wenn es das natürlich gefallen hat lasst mir kommentar und leichter dann weiß ich euch gefällt das ja auch genauso wie mir verabschiede mich sage tschüss und hoffentlich wieder bis zum nächsten mal